Servus, liebe Leute! 26. Oktober, Nationalfeiertag Österreich, 26. Ekim, Avusturya'nin Milli Bayramıdır. Am 26. Oktober 1955 beschließen die Österreicher das Gesetz zur österreichischen Neutralität. 26. Ekim 1955, Avusturyalılar, Avusturya'nın tarafsız kalmasını kararlaştırdılar. Seit 1965, Fahenzi Sudizm anlas den österreichischen Nationalfeiertag. Bu sebepten dolayı 1965 yılından beri 26. Ekim, Avusturya'nın Milli Bayramı olarak kutlanmaktadır. Der Nationalfeiertag ist ein gesetzlicher Feiertag in Österreich. Bu Milli Gün ülkede resmi tatildir. An diesem Tag kann man in Wien zum Beispiel die Standorte des Wien Museums kostenlos besuchen. Bayramda, Viyana Müzesi'ne bağlı çeşitli açık alan sergileri de ücretsiz olarak gezilebilir. Es finden auch viele Sportveranstaltungen im ganzen Landstädt damit die Leute fit bleiben. İnsanların sağlıklı kalması için de ülke çapında spor organizasyonları yapılmaktadır. Servus, bis zum nächsten Mal.